Na, kommt mal kurz zusammen. Wunderbar. Ganz schön zusammen. Wunderbar. Ja, und da sind wir jetzt mit den Masterminds, mit Jantje Friese und Baran Booda, die beiden, die auch schon da gemacht haben. Und ich hab's ja euch vorhin schon gesagt, was ein Brett, was eine geile Show. Wie kommt man auf so eine Idee? Sitzt ihr da morgens beim Frühstück und sagt, heute machen wir mal eine Schiffsgeschichte? Exakt so ist es passiert. Woher weißt du das nur? Nee, wir erzählen ja eigentlich immer die Geschichte, dass unsere Zukunftsversionen uns die Drehbücher vor die Tür gelegt haben. Und wir haben einfach nur Drehbücher in die Hand genommen und uns dann umgesetzt. Ja, nein, es ist ein langer Prozess. Es fängt mit einer kleinen Idee an und dann hat es viel auch mit Dialog zwischen uns zu tun. Der eine schmeißt was in den Raum, der andere fängt's auf. Dann schmeißt man alles wieder weg, fängt wieder von vorne an. Also es ist wirklich ein langer Prozess und hat wirklich Jahre gedauert, bis wir jetzt hier heute angekommen sind. Aber gerade weil die Geschichte ja so komplex ist, gibt's doch schon mal einen Moment, wo ihr sagt, oh Gott, das kriegen wir irgendwie nicht zusammen irgendwie. Oder wo man dann zweifelt oder vielleicht sogar kurz vorm Aufgeben? Also es gibt immer Momente, wo man nicht weiterkommt, aber wir haben mit der Zeit gelernt, dann einfach das liegen zu lassen, woanders wieder anzusetzen, da weiter zu arbeiten. Also wir gehen nicht wirklich linear chronologisch durch eine Geschichte durch, sondern arbeiten eher in Blöcken und versuchen die dann am Ende zusammenzufügen. Dankeschön. Vielen lieben Dank und ganz viel Erfolg für die Show und viel Spaß bei der Premiere.